Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück bei TNT Evolution. Wir sind in Karte 24, Karte 23, das Lunar Mining Project. Oh nein, eine Sandy Peterson Map. Hallo. Wupp. Wupp. Okay, die lassen wir. Ich bin, ich weiß, glaube... Ich glaube, da kommt nämlich noch ein Arschweil, da ist was. Da ist was. Ach, da oben. Seht ihr das? Naja. Ich höre den Arschweil, ich sehe ihn nur leider noch nicht. Hör ihr ihn? Wo bist du, du Sau? Die lasse ich jetzt mal alle gehen. Ich weiß, dass der da rein teleportiert wird. Jetzt speichern wir hier auf B, dass wir unseren Quick Save haben. Wupp. Okay, ein überdimensionales Bett wieder. Für die Prometheus-Rasse. Oh, der Arschweil hechelt mir hier zu viel rum. Kann man hier vielleicht... Ist hier vielleicht irgendwas abzugreifen? Das muss sich doch gelohnt haben, dass ich das hier geschafft habe. So. Hab den gesehen. Ich sehe ihn. Ich habe ihn da drin gesehen. Okay. Das heißt, da ist erstmal zappenduster. Komm, bleib hier und... Ja, du nicht. Kann man... Kann man nicht... Ich will einfach nur den Arsch... Ja. Ist er tot? Nee. Gut, hat sich nicht rentiert. Da warten wir, bis wir da raus können. Gott. Haben wir es hier dann? Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber es gibt tatsächlich irgendein Spiel, da kann man durch Computergegner Türen aufmachen lassen. Das heißt, wenn man eigentlich verschlossene Türen vor sich stehen hat, dann kriegt man die durch die Gegner auf, wenn man sie entsprechend aktiviert. Hier anscheinend nicht. Edsoft wird leider zu sehr mitgedacht. Zu viele Hitscan-Gegner. Boah, geh weg. Hihi. Wo ist der... Du nicht. Wo ist der Archiville? Da. Ich will dich einfach nur loswerden. Da ist er. Ah. Und schon geht es mir viel besser. Gut. Da können wir sogar hin. Äh. Zu. Alter, mir geht die Munition leer. Mir geht die Munition langsam richtig flöten. Da müssen wir mal ein bisschen aufdröseln. Gut, der nächste Eingang. Da ist er wieder rot nötig. Da ist die rote Schlüsselkarte. Danke für Sandy Peterson. Ich denke, man kann da hoch. Jawohl. In dem Moment, wo ich das aufnehme, kommen hier zwei Revenants raus, oder? Nein? Nicht mal. Gut, das nehme ich, wenn ich unbedingt 100% Leben wieder... Ja, okay. Keine Revenants, aber hey. Eine Masse an Gegnern. Ja, wo ist der letzte? Man weiß es nicht. Okay. 62% sind immer noch nicht genug, als dass ich das jetzt nehme. Gehen wir mal hier mit Gold weiter. Das wäre jetzt sonst tragisch. Tragisch. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich die Musik hasse, oder? So, wo sind wir dann hier? Das ist der Eingang wieder? Was ist hier? Okay. Ah, okay. Eine komische Tür. Hier blau, okay. Naja, gut. Äh. Naja, gut, ey. Dann brauchen wir hier einen Eingang. Kein Arschball, oder? Bitte nicht. Hoch da. Da kommt gar nicht sicher was, wenn wir das nehmen. Natürlich. Das läuft aber bis jetzt. Ach. Trans Souls. Ja. Okay, okay. Du nicht. Verlorene Seele. Okay, betet mit mir, dass es keinen weiteren Arschball hier drin gibt. Sonst stehen die nämlich alle ganz flugs wieder auf und ich kann mich freuen. So, Schrotflinte, her damit. Hm. Und jetzt? Gute Frage. Oh, hier waren wir noch nicht, ne? Oder ist das nur ein Eingang? Nein. Oh Gott. Okay, gleich wieder runter. Das sind wir ja die liebsten Level, sowas. Und sowas kommt, glaube ich, sogar als nächstes. Ein Steinbruch. Hier ist mit Sicherheit... Jawohl. Cool bleiben. Gab's da ein Geheimzeug? Über uns, okay. Und ein Revenant. Okay. So, was ist hier? Nichts. Also, irgendwas ist hier aber nichts für uns gerade. Dann würde ich mal sagen, wir gehen hier durch. Hö. Was zum Geier? Wo kommst du denn her? Da ist doch irgendein Unsichtbarer gewesen, oder? Boah. Zu wertvoll, die Munition. Jetzt hätte ich mich gefreut, dass das Level wieder so schön kurz wird. Kein Gegner. Kein Gegner. Oh. Natürlich. So, den Rest kann man so machen. Okay. Das nehmen und dann... Wo waren wir noch nicht? Jetzt warten wir ab. Wir sparen uns das jetzt. Okay. Das nehmen und dann nach links hochrennen. Das nehmen wir erstmal mit. Und dann hier nach oben. Oder? Hier waren wir noch nicht. Schaut neu aus, ja. Munitionsverschwendung. Hallo? Ich will ein Quad Damage. Das wäre mal richtig geil hier. Hallo? Haben wir noch mehr? Warten wir noch. Das war keine Absicht. Shit. Naja, jetzt sind wir ohnehin nicht mehr unverwundbar. Falsch, 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 falsch. Da nicht? Nö. Falsch, 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 falsch. Ganz falsch. Ganz falsch. Boah, hasst mich. Die Musik regt mich gerade so auf. Oh, nicht noch mehr davon. Nehmen und... Nein. Ich hätte die Unverwundbarkeit behalten sollen irgendwie. Scheiße, Mann. Scheiße. Naja gut, die vernichten sich gerade gegenseitig, oder wie? Toll, und da hinten... Unter uns ist einer. Ja, der lässt mich auch nicht durch. Ja, sehr gut. Hört ihr das? So. Drüber. Genau für solche auf... Für diesen Moment habe ich mir... Boah, du gehst weg. Du bist nämlich gefährlich. Oh, da drin ist was, was ich haben will. Hat sich gelohnt. Okay. Jetzt haben wir den Schlüssel zum Ausgang. Jetzt müssen wir nur noch zum Ausgang kommen. Würde ich mal sagen, hier, ne? Ich habe dich gesehen und dann die Karte aufgerufen. Weil ich dich nicht mag. Oh! Nein! Ich dachte, durch den Raketenwerfer werden die unverwund... Also... Wird es unmöglich, dass sie schießen? Warum stotter ich hier so? Okay. Okay. Holen wir uns das Ding da oben? Das war's dann, oder? Wir könnten jetzt eigentlich rausgehen. Wo kommt ihr denn her? Hä? Sag mal... Seid ihr neu oder habt ihr einen Arzschweig gefunden? Ich will jetzt erstmal Muni. Muni, Muni, Muni. Wie viele Secrets haben wir überhaupt? Eins von drei. Ach, damit bin ich zufrieden. Es gibt Leute, die fallen auf der Hauptschule wegen mehr Punkten... Äh, wegen... Ja. Wegen mehr Punkten durch als ein Drittel. So. Ich habe dich schon gesehen, kleiner Freund. Aua! So. Einsammeln, einsammeln. Alles her damit. Alles meins. Da bist du ja! Dich habe ich gesucht. So. Ja, zehn Gegner haben wir noch. Die werden auf der anderen Seite sein. Die ignoriere ich jetzt mal schön. Und? Hä? Oh Gott. Wo kommt der her? Du bist unnötig. Haben wir es? Haben wir es? Das hingegen fand ich ziemlich cool gemacht. Das ist jetzt wohl ein richtig... Hallo? Das ist ein Secret? Ah, nee. Das ist ein ziemlich cooles Slipgate. Das erinnert mich so an Quake dann am Ende immer. Was passiert denn? Nichts. Ich hätte gedacht, dann kommt es vielleicht zum Secret. Aber hey, Lunar Mining Project beendet. Endlich wieder ein kurzes Video. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Level, wo es heißt... Squorry, der hässliche Steinbruch. Und zwar wirklich hässlich. Ich würde sagen, bis dann, Leute. Bis dann.